Hallo, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Zweites Video heute, wenn alles so klappt beim Bearbeiten, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir reden ein bisschen über College Football. Wer die letzten Jahre noch nicht da war, die Videos haben tendenziell immer weniger Aufrufe. Dafür, von allen Videos auf meinem Kanal, aber eigentlich immer das beste Aufruf-zu-Like-Verhältnis. Also denkt dran zu liken. Ich glaube, das liegt daran, dass die Videos nur von den Leuten geguckt werden, die entweder wirklich alle Videos auf meinem Kanal gucken oder die wirklich einfach alles konsumieren, was mit Football zu tun hat. Egal, ob NFL oder College oder was auch immer. Also so oder so die Hardcore-Fans. Also ja, da freue ich mich immer drüber. Die niedrigeren Aufrufe sind dann letztendlich egal. Okay, erstes Spiel, über das wir reden. Nummer 12. Oregon hat den Upside geschafft und gegen Nummer 3 Ohio State gewonnen. Das Ganze ging 35-28 aus. Ihr seht in den Vierteln hier. Erstes Viertel war noch punktlos. Defense auf beiden Seiten sehr, sehr stark. Und dann die nächsten beiden Viertel gingen jeweils 14-7 an Oregon. Das letzte 14-7 an Ohio State. Aufholjagd, falls man es so nennen kann. Kam dann aber ein bisschen zu spät. Oregon hat defensiv oder beziehungsweise hat auf der defensiven Seite von Ohio State Schwächen finden können, die sonst nicht wirklich findbar waren. Ohio State spielt sehr viel Man-Defense, was logisch ist, weil sie meistens die besseren Athleten haben. In den letzten Jahren ja auch super bekannt für die guten Cornerbacks und Safeties, die aus dem College rauskommen. Also da haben sie immer die Top-Recruits im Land, sage ich mal. Und es gibt selten Teams, die da wirklich matchen können, weil sie auf der anderen Seite genauso gute Athleten haben, wenn nicht sogar bessere. Das hat man letztes Jahr in den Playoffs zum Beispiel gesehen gegen Alabama, dass da auf einmal mindestens genauso gute Athleten waren. Und Oregon hat zur Zeit oder hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel nach Athletik gescoutet. Weniger nach Stärke, sage ich mal. Und extrem schnelle Leute am Perimeter, also außen. Und auch mit CJ Vidal auf Running Back, einen sehr erfahrenen Mann. Die haben oft mit einem Crackback-Block-Sitz, also dem Wide-Receiver-Block, in die Box reingegeben. Gegen Man-Coverage kommt dann der Cornerback mit, hat zu spät gemerkt, dass der Lauf auf die Seite ging. Und zack, das waren die ersten beiden Touchdowns von Oregon. Dann, als Ohio State in der zweiten Hälfte mehr umgestellt hat auf Zone-Defense, hat Oregon dieses ganze, nicht unbedingt Play-Action-Passing, aber die RPOs, ihr wisst, was das ist, diese Run-Pass-Options, rausgeholt. Und hat Ohio State damit ein bisschen kaputt gemacht. Also die haben einfach den ganzen Tag über nicht wirklich Druck auf den Quarterback machen können. Die haben keine Antworten gefunden für das, was Oregon gemacht hat. Und als sie die Antworten dann gefunden hatten, hatte Oregon schon einen Plan B parat. Also das war ein super Gameplan von Oregon, extrem stark gecoacht. Und letztendlich der Sieg ohne Justin Flo, der ein Superstar sein wird über die nächsten Jahre, auf Linebacker bei Oregon, den kennt ihr vielleicht alle aus dem Meme. Und Kevin Thibodeau, der eventuell der First-Overall-Pick werden könnte im nächstjährigen Draft. Und der höchstwahrscheinlich der beste Edge-Defender ist im College Football. Zumindest der mit dem meisten Talent. Jetzt über die ersten beiden Wochen der Saison war vermutlich niemand besser als Aiden Hutchinson von Michigan. Aber super Sieg für Oregon. Nächstes Spiel, Toledo verliert gegen Nummer 8, Notre Dame. Notre Dame jetzt zwei Spiele gewonnen und zweimal super knapp. Ihr seht, die waren bis ins vierte Viertel hinten und mussten dann da quasi noch zurückkommen. Haben einen Touchdown gemacht ganz zum Schluss. Beziehungsweise Notre Dame hat einen Touchdown gemacht. Dann hat Toledo einen Touchdown gemacht und dann musste Notre Dame nochmal einen Touchdown machen. Das Spiel habe ich nun drin, um zu sagen, Notre Dame ist defensiv nicht so gut, wie sie sein sollten. Die sind auch definitiv nicht Nummer 8 würdig, sage ich mal. Wir werden nachher sehen, wo sie in den Rankings für Woche 3 sind. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die Highlights von dem Spiel mal angucken, weil nämlich im letzten Drive Jack Cohn, der Quarterback von Notre Dame, sich den einen Finger ausgerenkt, ausgekugelt, was auch immer hat. Der dann wieder reingepoppt wurde. Dann ist er reingegangen und hat direkt danach einen Touchdown geworfen. Super witziges Highlight-Play. Nummer 10, Iowa hat das Division, nicht wirklich Division, aber das Derby gewonnen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe mit D gegen Nummer 9, Iowa State. Also 10 gewinnt gegen 9, 27 zu 17. War ein unglaublich defensives Spiel. Viele Turnover. Brock Purdy hat dann das Spiel auch nicht zu Ende gespielt als Quarterback von Iowa State, nachdem man 0 Touchdowns geworfen hatte und 3 Picks. Also ja, das war auf beiden Seiten offensiv wirklich nicht gut und auf beiden Seiten defensiv sehr stark. Am Ende setzt Iowa sich durch und wie gesagt, defensiv sehen die super stark aus in den ersten beiden Spielen. Nächstes Spiel, Stanford schafft den Upset und gewinnt gegen Nummer 14, USC 42 zu 28. Und wenn man sich die Stats von dem Spiel anguckt, dann sieht das eigentlich gar nicht so eindeutig aus. Was letztendlich den Unterschied gemacht hat, war auch wieder Turnover so ein kleines bisschen, aber mehr die Situation. Das hat bei USC funktioniert und dann in den wichtigen Momenten ging es auf einmal nicht mehr. Stanford hat das Ganze super Balance gemacht. Ich glaube 140 Yards Rushing ungefähr, ungefähr 240 Yards Passing. Aber auch auf der anderen Seite stand die Offense. Bei USC war einfach defensiv definitiv nicht genug da. Nummer 14 war vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, wenn man ehrlich ist. Und nach dem Spiel wurde jetzt der Head Coach erstmal direkt gefeuert. Also ja, USC mit einem neuen Head Coach und Stanford mit einem beeindruckenden Sieg. Nächstes Spiel, die Nummer 15, Texas Longhorns haben verloren gegen Arkansas. Arkansas hat die komplett überrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Quarterback von Arkansas, KJ Jefferson, sah nicht wirklich gut aus, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise jetzt auch nicht katastrophal, aber einfach nicht sonderlich gut. Hudson Card überhaupt nicht drin gewesen im Spiel. Der Quarterback von Texas, Casey Thompson, besser. Ja, also ja, aber am Ende ist die Texas Defense, ich will nicht sagen schuld, das klingt immer so Kindergarten-mäßig, wer ist schuld. Aber wenn du 333 Rushing Yards zulässt und es weniger Yards sind, oder insgesamt du weniger Yards offensiv überhaupt aufs Feld kriegst, als der Gegner läuft, dann ist das schon maximal kritisch. Und ja, auf beiden Seiten hat das Running Game ganz gut funktioniert. Bei Texas 3 Touchdowns am Ende über das Running Game, also alle 3 und bei Arkansas 4 Touchdowns und wie gesagt über 300 Yards. Also wirklich einfach überrannt. Nächstes Spiel, nächster Upset Nummer 21, Utah hat verloren gegen BYU, die jetzt 2-0 stehen nach den ersten beiden Spielen. Jaron Hall, super starkes Spiel gehabt, 3 Passing-Touchdowns, 150 Yards zwar nur durch die Luft, aber dafür fast 100 noch auf dem Boden. Unglaublich starkes Spiel insgesamt, über 230 Yards Rushing für BYU. Und bei Utah sind es am Ende, wie so oft in solchen Spielen, die Turnover, wenn du da ein Fumble verlierst, Pickwurfs und so weiter, dann ist es am Ende schwer. Theoretisch an einem neutralen Tag vielleicht sogar das bessere Team, hat nicht sollen sein. Wie gesagt, die Turnover haben es letztendlich entschieden und BYU hat genug gemacht und keine Fehler gemacht, beziehungsweise deutlich weniger Fehler gemacht. Nächstes Spiel, Appalachian State hat fast noch gewonnen gegen Miami, Miami Nummer 22 vor dem Ranking, oh, vor dem Ranking nicht, vor dem Spiel. Wir werden sehen, wo sie im Ranking sind. Das Ganze habe ich nur reingebracht als Beispiel dafür, dass man eventuell ein Spiel gewinnen kann und trotzdem fallen kann. Erklärung dafür, ja, App State hat letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt, vorletztes Jahr ein ganz gutes Jahr gehabt. Aber als Miami, gerade wenn du gerankt bist auf 22, musst du gegen App State deutlicher gewinnen als sowas. Und das wissen Miami-Fans auch, das muss der Anspruch sein. Ist vermutlich auch kein sonderlich gutes Spiel gewesen für Derek King, der unglaublich viele Touches hatte, logischerweise als Quarterback. Aber ich glaube, er ist fast 20 Mal selber gelaufen, über 30 Mal gepasst. Also das war schon sehr, sehr viel Volumen, was er da hatte. Und ja, am Ende haben sie im vierten Viertel eine Aufholjagd gebraucht, sage ich mal, um dann auch den Touchdown, beziehungsweise die Punkte zu machen, um am Ende vorne zu sein im Spiel. Und das ist, glaube ich, auch bei den AP-Leuten ausschlaggebend gewesen, die zu droppen im Ranking. Ich rede vom Ranking, das Ganze gucken wir uns mal an, natürlich wie jedes Mal. Letztes Woche war das Ranking noch nicht da, für Woche 2, das ist jetzt das Ranking nach dem letzten Wochenende, für das nächste Wochenende sogar. Auf 1 haben wir Alabama, alle außer 3 First-Overall-Stimmen sind bei Alabama gewesen. Das heißt, nur 3 Leute sagen, Alabama ist nicht das beste College-Football-Team. Georgia knapp dahinter auf 2, dann auf 3 haben wir Oklahoma einen Platz nach oben. Und dahinter Oregon, sogar 8 Plätze nach oben jetzt auf die 4. Iowa geht 5 Plätze hoch auf die 5. Clemson bleibt auf 6, Texas A&M fällt 2 auf die 7, Cincinnati fällt 1 auf die 8, obwohl sie noch ungeschlagen sind. Ohio State mit der Niederlage fällt Gott sei Dank für sie nur auf 9, Penn State 1 nach oben auf die 10, Florida 2 nach oben auf die 11. Notre Dame gewinnt und fällt trotzdem 4 Spots auf die 12, UCLA 3 nach oben auf die 13, Iowa State fällt 5 auf die 14. Virginia taggen nochmal 4 hoch auf die 15, Coastal Carolina klettert 1 nach oben auf die 16. Ole Miss 3 nach oben auf die 17, Wisconsin bleibt auf 18, Arizona State geht 4 nach oben auf die 19, Arkansas ist neu drin auf 20. North Carolina geht wieder 3 nach oben auf die 21, Auburn 3 nach oben auf die 22, BYU ist neu drin auf 23, Miami fällt 2 Plätze trotz Sieges auf die 24. Und endlich wieder drin ist Michigan neu auf 25. Gut, ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ihr aber nicht mich freuen, falls ihr ein Like da ist, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!